Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebändedeit unter den Frauen und gebändedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Ewiger Vater, du bist der alleinige und sterbliche Gott, der Gott, der die Liebe ist, der barmherzig und gütig ist. Schau auf deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus und habe Erbarmen. Ich opfere dir die Schmerzen seiner Geißlung an der Säule, seine Wunden und sein Blut auf, für all die Deinen, die unter der Last der Flüche leben, infolge der Sünden ihrer Vorfahren und deren Ungehorsam, wegen des Brechens des Bundes, den sie mit dir geschlossen haben. Mögest du uns befreien durch die Geißelung deines Sohnes, heile uns durch seine Wunden, rette uns durch sein kostbares Blut. Kostbares Blut Jesu Christi, befreie uns von Flüchen. Heilige Wunden Jesu Christi, heilt unsere Wunden. Durch deine Geißelung versiegle uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!